Die Eurobike ist weiterhin die weltgrößte Fahrradmesse und dementsprechend sehr sehr wichtig für uns. Dieses Jahr hatten wir Duncan Shore bei uns auf dem Stand. Duncan ist einer unser Markenbotschafter und wir freuen uns, dass wir sehr wahrscheinlich und hoffentlich sehr viele Success-Stories mit dem ECN-Control haben. Hey everyone, Duncan Shore here. So we're here at the BW Roof. As you can see all the products that these guys make is focused around helping different people write their own Success-Stories, whether it's a bike rider like myself or a tradesman. And yeah, looking forward to continuing to working with these guys and using their products to help. Hopefully keep me successful over the next few years. The Cases look like they're honestly really good quality. I've never used them, but if I was to ever really travel with my bike outside of the country, these look like they would be the case that I would take. Because out of everything that I've seen, they look like they're good quality and all the latches on them look high grade. I mean everything about it looks honestly just good. Hallo, wir haben gerade einen Auftritt gesehen von Duncan Shore und auch ein paar Goodies bekommen und Unterschriften und freuen uns dann diese Taschen auszuprobieren und noch mehr Sachen von B&B und von Look and Show zu sehen. Hoops! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020